Stumperjack Refix Was geht ab? Und willkommen zu einer dritten Folge Hitschuppers Live Auf geht's Ich mach diesmal den Ingame Sound Ein wenig laser Es war ein bisschen zu laut Deswegen mag ich es ein wenig leiser Damit es ein wenig weniger laut ist So So Nice So wir haben negativ Ach das Video ist jetzt erst hochgeladen Genau von gestern So was haben wir hier Was haben wir hier Okay Mal gucken was sagen wir hier Die spielen Irgendwas top duelles Irgendwas super tolles Topseller Stopp bewertung Naja Naja Wollen wir uns das kaufen Ist ja cool dafür eigentlich Ne Wir gehen jetzt nochmal arbeiten Weil wir brauchen auf jeden Fall ein neues Spiel Aber was denkt ihr Sollte man sich eine Konsole kaufen Sollte man sich eine Konsole kaufen oder sollte man eher so die ganzen neuen Spiele sich gönnen Warte mal Es geht das Gerücht um dass du nur Videos machst um Geld zu verdienen Ich denke es ist besser so was zu ignorieren Guckt doch weg was ihr wollt Richtige Abonnenten bleiben Richtige Abonnenten bleiben So ich würde sagen wir gehen nochmal arbeiten Ja machen wir ja mal für 50 gleich dann haben wir wieder ein bisschen was So Ja was denkt ihr Wollen wir eine Konsole lieber kaufen oder doch mal in die Spiele investieren Und habt ihr das Spiel selber auch schon gespielt Mache ich irgendwas falsch Kann man was besser machen Obwohl aber jetzt schon fast 20k Abonnenten Das ist schon nicht schlecht muss ich sagen Das ist schon nicht schlecht Das ist schon nicht schlecht So Money haben wir Jetzt haben wir hier eine neue Karte Du hast eine neue Karte erhalten Formuelle Begrüßung Guten Tag Mr.Hafograaf3x Da müssen wir mal schlafen gehen Auf jeden Fall müssen wir mal schlafen gehen So Ich brauche ein Stück Kaffee BAM Jo mach sauber du Ein Sandwich Ein Sandwich muss reichen Ne Wotox dabei ist einfach nur einmal von der Wurst ab und das war's Du bist ja immer noch so laut Ne So Genau Ok das reicht zwar nicht ganz vom Essen Aber ich denke Wir werden uns jetzt ein Spiel eingeüfen Puh Neunfünfzig Euro Wenn sich das nicht lohnt Dann weiß ich auch noch nicht stimmen Morgen hast du den ganzen Tag damit verwahrt wie du es sozusagen Bist wirklich unermüdlich Ja morgen danke Ebenfalls würde ich auch gerne sagen Aber ich weiß gar nicht was du tust So Ja wir kaufen uns hier das dicke Brett BAM Ach das ist sogar heute direkt raus gekommen Ist ja richtig geil Hallo mein Name ist Isabel und ich rufe wegen meiner Bankangelegenheit an Wir würden ihnen gerne Verbraucherkarte anbieten womit sie tausende Rabatte bekommen Wie zum Beispiel das 2 für 1 Angebot im Kiwi Markt um Rabatte auf chinesische Märkten Pff Pff Rede mal Alles klar Ok Wir haben sie also gut getreut Das Spiel ist auch direkt da Very nice Neues Gaming Video Ach gut wie hieß es Split of the Das ist es Das ist es Auf gehts Was ist denn ein Walkthrough Ich weiß es gar nicht Wir machen erstmal ein Gameplay Video So So hier können wir nach wie vor nichts weiter auswählen Wir könnten eigentlich auch mal ein besseres Equipment investieren Ähm Was kann man denn mal Ähm Es muss eigentlich irgendwas cooles sein Wie Es gibt Pink Ponys Ponzi What the fuck 1 Ok ich glaub der Titel Ist nicht so eine Bombe Aber Jetzt haben wir hier Ladebildschirm Coole Begrüßung Nice Du hast eine harte Aufgabe bewältigt Professioneller Kommentar Natürlich Das haben wir auch mit höchster Professionalität gemacht Du hast den letzten Kill gemacht Professioneller Kommentar Definitiv Nice Weii wei 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 Das Spiel hängt sich auf Ähm Marascha Blick Im Zweifelsfalle Ok Aber die letzten noch jetzt hier Dann haben wir es perfekt Eine Zusammenfassung des Spiels wird angezeigt Übergang mit Übergang mit schwarz Wär richtig dumm Unlustig Es passt alles nicht Nimm mal die Ja was hätte sonst passen Übergang mit schwarz Unlustiger Kommentar Ich glaube nicht lange So können wir es wenigstens mal hier ein bisschen schneiden Ähm So 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 Und ich würde sagen Das ist gar nicht so schlecht Vielleicht bin der Nachbar Darf ich mir von dir eins deiner Spiele leihen Ach komm heute nicht Komm Wieso habe ich denn Abonnenten verloren Wenn mein Nachbar was von mir will Warum Warum Höchst unlogisch Höchst unlogisch Aber ich krieg irgendwie nie so richtig Interesse Äh Ich ja Keine Ahnung Wir müssen mal gucken dass wir hier weiter kommen Ach komm Warte mal was haben wir denn hier alles Nachrichtigung Das lange erwartete Spiel God for War wurde von Honey Plays Das ist blöd So lange erwartete Spiel Irgendwie die Theodor Von Dive jetzt nicht Veröffentlich 19. März 22.06. Wir haben verkackt Äh Was haben wir hier White Party Heute ist die White Party Warte mal 22. Morgen ist die White Party Gehen wir zur White Party Was kostet das hier Komm Kann ja nicht schaden Wenn wir mal ein bisschen soziale Kontakte kriegen Nein Ah Beweg dich Ich muss mir eine Versteigerung im Internet anschauen Ich lad ein Video hoch Hallo ö ö ö ö ö ö Ich hoffe du hast es nicht als Steiger, dass du frech bist. Jetzt mal ein Hotdog. Jetzt mal ein Hotdog, also wenn ich gestretzt bin, esse ich hier auch gerne mal ein Hotdog. Dann gehen wir noch mal schlafen. Ach, wann, ach so, morgen, 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 morgen. So, zieh dich um, Disco. Disco, Party, Party. Ich fand eigentlich schön, dass ich fresh aussehe. Wir haben auch nicht so die Auswahl, ne. Hier weißes, richtig fresh. Weiße Hose machen wir richtig in auf den. Weiße Schuhe haben wir nicht. Aber die hier, richtig abgespaceder Typ. Heute natürlich Kontaktlinsen. So, zack, zum Event gehen. Weiß. Nintendo. Hallo. Ja. So, ab in den Disco. Bam, bitches. What's up bitches? What's up? Was trinken die da? Ach, 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 so ein Blechrohr hier. Lecker. Vielleicht ist das jetzt auch eine Zeit. Ne, das möchte ich eigentlich nicht mehr. Aber wir können uns da auch die Profile von den Menschen ansehen, ne. Die haben alle nichts drauf. Die haben alle nichts drauf. Die haben alle nichts drauf. Das heißt, wir müssen denen hochhelfen. Aber was machen wir auch gerne? Wer bist du denn? Komm her, wir reden miteinander. Guck mal, jetzt bleibt doch bei Moeen. Hamann. Hallo, da. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Ah, na na na. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Dieser Moment wenn. Jetzt möchte ich auch wissen. Dieser Moment wenn. Dieser Moment, wenn du tust, als wenn du redest und dabei sagst du was? Dieser Moment, wenn? Willst du mich verarschen? Geht doch, wir können uns jetzt gegenseitig Bekannte nennen. Okay Bekannte, ich zieh weiter. Weg, weg. Hey, du kannst du Schengelproducer, wenn du mal willst ausleihen. Cool. Cool. Was willst du denn hier für eine Hariga, Palunka? Dominika? Dominika oder Dominika? Dominika, aus der Domechanischen Republika. Bleib, 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 bleib. Honey geht mit mir die P.U.S. P.U. den Bach hinunter. Okay. Da die P.U.P.I. Wollen wir mit den DJ quatschen? Leg mal ne fette Moor und will mal ne heiße Sohle hinlegen. Hallo. Oh, es ist schon... Holy moly. Danach gehen wir, es ist mir immer echt zu viel, weil ich kommuniziere Bitche nicht mehr zu viel. Ach, ich kann gleichzeitig mit dir noch reden. Meine Mutter versteht mich aber nicht. Ich habe ein paar Mal meine Augen und jetzt darf ich nicht mehr an meinem Computer. Äh, ja, kennen wir alles. Tschüss. Sagt er Tschüss. PC ist wieder im Eimer. PC ist echt im Eimer. Hallo, hallo. Wieso kann ich ihn nicht reparieren? Was kann ich ihn denn bitte nicht reparieren? Wir müssen erst mal arbeiten gehen. Boah, 60. Wir gehen Spiele entwickeln. Wow. Dann können wir die auch gleich spielen. Einsame Leben der Usbekischen Süßenrennmaus. Unsere Freundschaft ist vorbei, das ist der Freund... Oh nein. Er will echt nicht mehr mit uns befreundet sein. Ich hätte ja gerne sagen, dass er Pfeffer wächst, aber ich kann den so gar nicht, dass mir das echt weh tut. Los, komm wieder. Wunderbar. So mein Freund. Ergebnis anzeigen. Ja. Kann ich glauben, dass er ein selbsternander YouTuber... Ach komm, Junge. Das ist super gerade Bilanz hier. Aber was wir hier für Kohle hier eingenommen haben. Ich glaube... Warte, wir müssen jetzt auch mal einkaufen. Wir brauchen mal hier auf jeden Fall mal gucken. Haben wir was freigestellt? Das Mikro oder sonst irgendwas? PC Word... Tastatur. Da haben wir ja die eine. Das Gaming Tastatur irgendwie nicht. So, was kostet denn der nächste? Den haben wir. Ja, gut. Unser PC, also ein guter mittelklasse PC. Äh... Ja. Monster mal die. Finden wir die holen. Okay, dafür dazu. Leck mich am Arsch. Die könnte man sich natürlich... Oh, hier ist eine Rüchte. Erstmal wegen Mikrofone. Ich glaube, das ist wichtiger. 99. Ja, komm. Das kaufen wir uns. Was haben wir da noch? Äh... Okay, jetzt muss erstmal beim Mikrofon bleiben. Denn der Junge hat das gleiche Problem wie ich. Mein Mikrofon ist nämlich völlig für den Arsch. So, jetzt müssen wir nämlich erstmal schlafen gehen. Wir sind übelst müde. Ups. Ja, aber doch nicht während ich schlafe. Ich habe die vier Morgen bestellt gehabt. Junge. Riech's an meinem Schlüpper, wenn ich nicht schlafe. Raus, ja. Ups. Schnell. Avanti. So. Erstmal öffnen, ja. Du Pimmel. Pimmel. Pimmelberge. Äh. Was haben wir da eigentlich... Achso, deswegen. Ich hatte gerade die ganze Zeit. Alles klar. Alles klar. Ja, vielleicht sollten wir es doch mal so ein bisschen anders sehen. Was gehst du jetzt eigentlich an meinem PC? Ich geh immer einfach an meinem PC, wenn ich will. Deswegen ist es auch so oft kaputt. Ich klage Geld. Ich klage Geld. Ich klage Geld. So. Jetzt ein neues Gaming Video mit dem Spiel Spirit of the Mech Boxing. Und was ist diese Superfue? Ich weiß es nicht. Ich mach es jetzt einfach. Ich mach es jetzt einfach. Achso. Mikrofon. Bobschitz. Nice. Omnios. Nice. So. Nein, 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 nein. Was machen wir denn mal? Affen. Geiler. Ba- Bananen. Bananen. Ups. Oh. Bananen. Ja, na, na, na. Schöpfe. Like. Äh. Döngi. Gön. 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 So, das muss jetzt echt mal langsam was werden. Ja, wir haben noch gar kein geiles Video gemacht. Du startest die Aufnahme. Musikintro. Göhö. Du hast 20 kills gemacht, bevor du getötet worden bist. Mal einen ernsten Kommentar dazu. Nein, es ist nicht so viel gegeben. Ah. Ah, ich verkack, ist richtig. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Professioneller Kommentar. Ah, wenigstens ein bisschen was. Ausschnitt. Fröhliche Äußerung. Was? Mann. Handlungswechsel, Abspann. Ich verkack das hier voll. Ich mache ein schönes Video hier. Mann. Mann, 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 Mann. Das macht mich traurig. Das macht mich extrem traurig. Extrem. 7,30. Scheiße, die sind am Arsch. Verlieren das. Business ist nicht mehr boomen. Ne? Hallöchen, bist du der Znaxer Ad3? Ich habe gehört, dass du ganz gute Videos machst. Könntest du mir ein Spiel aufnehmen? Und ich kann so und 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 und. No, Klaus, bitte gib mir nichts. Warte von. Nein. 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 Nicht von der Konsole. Nein, danke. Was machen wir jetzt? Wie kriegt man das hier mit der Kamera auch? Nicht so. Mega. Nice. G-Dykes. Alter. Nio. Nio. Also was die Steuerung betrifft, die ist eigentlich ziemlich leicht gehalten, aber dieses mit der Kamera zoomen und da so einen richtigen Abstand zu finden, das ist allerdings nicht so gut gemacht, finde ich. Dennoch lohnt es sich auf jeden Fall, das Spiel zu kaufen, würde ich jetzt behaupten. So, was willst du? Ich umarme dich jetzt. Was? Dann geh nicht mehr an meinen PC, wenn ich dich nicht mal umarmen darf. Schlimmste Cop ever, oder das nächste Mal? So, arbeiten. Zwei nigger, Schuhe putzen. Putzi, putzi, putzi. Pipsi, Popsi, Pappi, Pipsi, Potsi, Potsi. So. Das erste Ding, um neun komme ich jetzt wieder. Ich putze die Schuhe die Nacht durch. Wer putzt in der Nacht seine Schuhe? Ja. Komm, Pappi, wir essen mal was. Was haben wir denn? Wir haben heute kein Brot gelesen, nichts Gesundes, gar nichts. Und das sind wir dann ein paar Tage auf dem Markt gestalten. Ein paar echt klasse Extras für YouTuber haben. Du solltest bei solchen Veranstaltungen immer sein. Um mit den Industrie-Neuheiten immer auf dem neunsten Stand zu sein. Und etwas Bekanntheit zu gewinnen. Ich habe ein paar Einladungen zu vergeben. Also willst du mit mir mitgebe ich ja noch auf deinen Kalender. Ich stimme zu. Ich werde es auf jeden Fall nicht verpassen. Okay. Äh, ja. Erinnere dich. Was? Was willst du? Was ist um die Ecke? Alter. Nein, heute nicht. Schlafen. Du musst doch hier stehen. Blue Yeti Mike. Ja, wir haben da. Eine Premiere Light. Vielleicht. Aber auch nur ganz vielleicht. Sollten wir uns auch mal ein neues Schnittprogramm suchen. Ich meine, so Sony Vegas oder Oni Egas wäre ja nicht schlecht. Ja, na, ist droh, liebe und gut was. Wir haben voll keine Kuhle. Wir machen noch ein Video. Danach müssen wir nochmal arbeiten gehen, glaube ich. Ja, müssen wir hiervon nochmal eins machen. Gameplay. So, Omniausgabe. Das wird ja alles zu bleiben. So. Ah. Ähm. Krasser Killstreak. Ein Godlike. Drei. So. Es muss aber auch mal was werden jetzt hier, ne? Ich weiß nicht. Ich verkack das einfach ein bisschen. Irgendwas achte ich nicht. Lada Spiel. Eine coole Begrüßung. Super. So. Das Lange war der Niveau. Ich habe doch keinen. Oder kaufe ich mir eine Konsole. Ich habe ich keine Ahnung. Spielbildschirm, Spieltutorial. So. Würde ich mal sagen. Ernster Kommentar oder philosophischer? Passt natürlich nicht. Zeit bevor das Spiel startet. Es passt. Wow. Ich bin so stolz auf mich. Normales Spiel. Funktionärer Kommentar. Könnte passen. Super. Du hast eine einfache Aufgabe bildet. Lustiger Kommentar. Die kann doch voll passen, ey. Eine Zusammenfassung gespielt. Es wird angezeigt. Absparen. War zwar nicht gut, aber auch nicht schlecht. Würde ich jetzt mal sagen. So. So mal gucken. Das hier passt auf jeden Fall. Dann passt das. Das passt wunderbar. Das auch. Uiuiuiui. Was machen wir mit dem Schlawiner hier? Ja. Wir könnten es höchstens so dann machen, ne? Denke ich mal. So machen wir den Titel. Dann die Farbe. Und einen weichen Fokus. Wunderbar. 57 aber auch wieder nur. Nachbarbezumme. Neun Rekord. Okay. Hochladen. Was ist denn hier? Ah. Akzeptieren. Mann, ey. Voll am Arsch. Wie soll ich so ein YouTuber werden, wenn ich nur Schuhe putzen gehen muss für neue Spiele? Arbeiten. Programmierung. Komm, wir programmieren mal was. Wir sind nämlich voll schlau. Eieieiei, 17 Uhr. Eieieiei, bis spät in der Nacht hinein. Ah, ja, aber ich hole mir jetzt so eine scheiß Xbox oder was? Habe ich jetzt eigentlich die Miete bezahlt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was war das? Oh Mann. Also wie... Ey, ich weiß es nicht. Was lohnt sich denn am meisten? Lohnt es sich echt so eine Xbox zu kaufen oder was auch immer? Wie viel kostet denn die... Ach, kann ich ja gar gar nicht. Gut, doch kann ich. Äh, einkaufen. X-Box. Nicht super gut. Hier müsste es sein. Boah, Honey Plays. Hier, die brauchen wir. Fett von den Attacken. Alter. Ja, vielleicht sparen wir das. Vielleicht sparen wir das. Muss ich mal Freunde kontaktieren? Äh. Ja, dann sei doch alleine, ey. Ey, was habe ich denn für... Was sind das für Menschen in meinem Umfeld? Hallo, ich habe dich doch kontaktiert, Bro. Lime. Lime! Ach, er will ja nicht mehr mit uns befreundet sein. Dich zu haben ist großartig. Ich bin sicher, dass... Ach so, ich dachte, ich wolle wegen Ihnen. Nein, ich bin einfach mal arschmüde, Alter. Junge. Arschmüde bin ich. So, damit verabschiede ich mich. Mit dem... Jodhobers. Let's play Nummer 2. Und wir sehen uns... Ja, wir sehen uns dann, wenn ihr mich guckt. Ja, wie ist das? Schreibt mal in die Kommentare. Ich habe noch viele Spiele. Ich habe lange Rocket League-Gespie, CSGO. Was haben wir noch? Leecher Flare Games. Ja, YouTubers. Lief ich auf jeden Fall weitermachen. Ich könnte auch mal wieder was mit einem Longboard machen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber dann mal ein bisschen mehr auf seriös. Bissere Kameraeinstellung. Wir wollen ja hier ein bisschen geprägt durch den Spiel, was Qualität in sich rangeht. Ja, gebt mal ein bisschen Feedback auf jeden Fall. Und schreibt mal. Konsole kaufen, PC aufrüsten, neue Spiele investieren. Was ist das Sinnvollste? Was denkt ihr? Also, bis zum nächsten Mal. Okay, der war behindert. So.